Ich fall vom Toast ab. Ich, äh, oh nein. Oh, 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 oh. Hallo? Rettet die Kamera! Tür zu! Ich hab mich voll erschrocken von dir, du Penner. Ich war ganz alleine und ich hatte Angst. Ich hab auf die Fresse gekriegt. Das klingt nach etwas, das man braucht. Ich, ich will nicht drüber reden. Waren das deine letzten Worte? Sende! Frau Schriek. Nanananananana. Die Piri erklärt das. Ach, herrje, ich fall vom Toast ab. Also ich weiß schon alles, aber erklärst du Flausch also nochmal. Also, wie ihr seht, ich hab schon eine Tafel vorbereitet, ja. Der Plan ist, erstens, wir gehen runter in die alte Welt. Dafür kriegt jeder von euch eine Taschenlampe gleich, die draußen liegt. Und einer kriegt eine Kamera. Super. Wir können uns noch nicht wehren, weil wir einfach noch viel zu arm sind, um uns zu wehren. Dann müssen wir was Gruseliges finden und das filmen, so gut und so lange wie möglich. Und so viele verschiedene gruselige Sachen wie möglich. Und wir dürfen uns nicht essen lassen, weil wir schmecken ziemlich gut. Wir können auch drauf gehen, ne? Ja, ist aber leider zu unserem Nachteil fürchtig. Und dann müssen wir uns das hier aufs Spöktub hochladen. Ah. Und dann werden wir berühmt, wenn wir gut sind. Und wenn wir nicht gut sind, sterben wir vor Verzweiflung. Oh, alles klar. Wir haben drei Tage, um 3000 Aufrufe mit unseren Videos zu kriegen. Ach, Mist. Okay. Ja, aber schön, dass ihr hierher gewechselt habt. John Doe, John Doe. Schön. Ich hoffe, ihr bereut es nicht. Denn ich habe hier keinen Plan. So, wer kriegt die Kamera? Kannst du die Kamera nehmen? Wie jetzt? Jetzt habt ihr mal deine Tasche drauf. Nimm, nimm du mal die Kamera. Da ist ein Hackbart-Timer losgegangen. Die Peele soll die Kamera nehmen. Perfekt. Ich filme euch. Okay. Es wird chaotisch und das ist so, das ist einfach so. Das Spiel bringt das witzig. Das ist so, okay. Ein Trampolin. Wir können sogar, ich habe mal für zwei Sekunden den Apfelbaum gefilmt. Das wird so schön. Äpfel bringen lustigerweise 50 Klicks. Echt? Ich traue dir zu, dass du in jedem Spiel einfach irgendwelche Sheets und Tricks und so kennst. Ich finde jeden Wack. Ich habe keine Taschenlampe mitgenommen. Aber du bist doch die Erleuchtung selber. Ach, jetzt hör doch mal auf hier zu Schleimen. Siehst du unser Licht? Oh Gott, jetzt fängt er auch noch damit an. Ja, das ist so anstrengend. Na dann. Two Beats. Ja. Pull the lever. Oh, da, da. Achso, ich wollte schon runter, deswegen ging das nicht. Ey, wer war im Süßweg? Oh, ist das laut. Alles klar. Das sieht so gezeichnet aus. Wieso kuschelt ihr zwei heimlich? Hä? Äh, das, äh, das, äh, ich weiß nicht. Das sieht, äh, das sieht nur so aus. Das ist ganz anders. Ja, ja. Wo ist meine Taschenlampe? Ja, eigentlich, genau. Hier, ich habe ja meine Taschenlampe gesucht. Ah ja. Richtig, genau. Genau. Die Taschenlampe. Raus! Die, die hat einen Akku, ne? Die Taschenlampe. Ja. Läht er sich wieder auf, wenn ich sie abschalte? Nein. Nein. Oh. Ich glaube, wir haben nur 60 Sekunden, äh, Kamera, ne? Alles klar. Ja. Oh, krankgeschrieben. Oh, dann gute Besserung, Jane Doe. Ist das so gut, das kenne ich nicht. Ja, es gibt jetzt ganz viele neue Random-Karten. Uh. Ach ja. Sieht so ein bisschen sakral aus. Das sieht aus wie ein Busbahnhof oder so. Oh, vorsichtig, hier ist ein Loch. Nicht reinfallen. Was für Loch? Wo? Ach da. Gleich wo? Genau. Nicht reinfallen. Oh, der Licht, der Licht, der ist Licht da. Warte, ich hebe es ab. Ein Sohn. Oh, das sieht, okay. Tobits, du denkst einfach echt unschuldig, ne? Was denn? Ich hatte was anderes im Sinn. Oh mein Gott, was ist das? Was heißt das? Ah! Ein Rückgrat. Okay. Wie kann ich das wieder wegschmeißen? Äh. Ah, mit Q. Mit Kuh, natürlich mit Kuh. Alles klar. Du willst, wir müssen unterhalten, ne? Das heißt, ja, 60 Sekunden immer mal wieder. So ein Schnipsel kannst du aufnehmen. Ach so, okay. Immer wenn das rote Lämmchen an der Kamera leuchtet, nimm Peri auf. Ach so, die Kamera hält 60 Sekunden. Ja. Ja. Ich dachte, die Taschenlampe. Okay. Ah. Da hatten wir schon mal eine Bar, um nichts zu trinken. Achtung! Was? Was denn? Der Mixer! Der Mixer! Lebst du noch? Okay. Der Mixerman. Peri? Lebst du noch? Ich lebe! Hä? Ich glaube nicht mehr. Doch, ein bisschen lebe ich noch. Lauf, Peri! Äh. Lebt irgendeiner noch? Two Beats, ich bin hier. Ich bin hier unten. Two Beats? Two Beats? Two Beats ist tot. Den habe ich doch gerade noch gesehen. Peri, wo bist du denn? Ja, der ist hier, aber auch nur noch mit einem Millimeter Leben. Ich, wo ist hier? Oh no! Was ist oh no? Ich, äh, oh nein. Oh, 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 oh. Äh, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich, jetzt liegt hier alles an mir. Hier ist der Mixer. Nein, ich bin noch da! Wo bist du denn? Aber ich bin oben! Ich bin oben! Wieso oben? Oh mein Gott, ich habe keine Ausdauer mehr. Weil der Mixer kam. Ach, da bist du. Ja, ich bin hier. Ich bin einfach an ihm vorbeigerannt. Was war das kleine Schwarze, was sich verfolgt heute? Ich weiß nicht, ich kriege eine Kartoffel oder so. Keine Ahnung. Und wir haben ganz sicher... Oh no, das ist eine Bombe, das ist eine Bombe! Oh mein Gott, wo kommt eine Bombe? Oh Gott, ich gehe jetzt, ich gehe jetzt, komm mit, komm mit! Ich bin doch schon oben! Wieso denn oben? Weil oben Ausgang ist? Oben ist... Oh, 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 oben ist Ausgang? Ich habe keine Ausdauer mehr. Und hier ist eine Bombe. Pass auf die Bombe auf! Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Los, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Oh mein Gott. Schnell, Hebel, Hebel, Hebel. Meinst du, das kommt hier rein? Ja, natürlich. Weg hier. Jetzt müsste Tubis wieder dabei sein, oder? Der kommt jetzt im Krankenhaus aus. Der kommt, ja. Der kommt im Krankenhaus raus. Komm, wir filmen, wie wir ihn wieder treffen. Tubis, wo bist du? Ah, ich höre was. Tubis, was ist das denn? Tubis? Ich bin in der Nähe der Rakete, oder was immer das war. Wir hören dich. Da. Tubis, du lebst wieder, ja. Ja, irgendwie sowas, genau. Reicht das für Klicks? Ich meine, wir haben Toten, das muss doch ankommen. Die haben Toten. Wie viel, kann man sehen, wie viele Sekunden wir noch haben? Ja. Ja, wir haben noch 30, äh, 30 Prozent Speicher. Ja, dann, da müssen wir noch, warte, gibst du noch den Greenscreen? Nee, den musst du jetzt kaufen. Echt jetzt? Yeah. Ja, dann film die Sonnenblumen. Schöne Sonnenblumen. Es ist alles so friedlich. Äh, yeah, äh, jucho, ich war tot und lebe wieder. Ja. Story of my life, ja. Immer noch. Noch 13 Prozent, weil wir können auch die wunderschöne Kapsel filmen. Oh ja. Was ist das? Ist das ein Fahrstuhl oder, was ist das? Naja, da geht's ziemlich tief runter. Ich würde sagen, es ist von so einem Lastenkran. Ah, okay. Alle. Gut, also so eine Tauchglocke. Ah, okay, ja, jetzt verstehe ich's, alles klar. So, dann wirft man die Kamera. Zack, da rein. Oh, Jane schreibt, wir haben so süße Stimmen. Oh, das ist ja halt. Bin nicht süß, ich bin sauer. Doch, du bist süß. Film doch, wie Two Beats in der Abgrund runterspringt. Das ist ja nie ein heißer Wusch. Oh, das nehme ich für den nächsten Tag auf, wenn er da lebend rauskommt. Genau. Mich ist so etwas nützlich zum Runterspringen. Also macht's euch gemütlich mit Ehe, setzt euch auf die Couch oder auf den Schlafstuhl. Ich muss kurz die Tür aufmachen, ich hab ne weinende Katze vor der Tür. Ich dachte kurz, sie ist hier, okay, alles klar. Ja, ich bin da. Wenn wir hinsetzen, ich sitze. Achso, ich sitze hier nicht. Oh, jetzt hab ich, glaub ich, deinen Platz weggenommen. Was? Sorry. Bevor ich da auf den Schoß komme hier, hast du es gesehen? Okay. Tobits, du denkst einfach echt unschuldig, ne? Was denn? Das ist ja der Tonge bei. Ich hab doch das Anlass im Sinn. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Ah! Oh, der Mixer! Hä? Ich glaube nicht mehr. Doch, das ist schief. Ich riege auf! Lauf! Ist Tobits okay. Ich bin einfach an ihm vorbeigerannt. Ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Los, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt. Hey, das ist gar nicht schlecht. Was ist das? Tobits? Ich bin in der Nähe der Rakete, oder was immer das war. Oh, wir hören dich. Da! Tobits! Du lebst wieder! Ja! Ja, irgendwie sowas, genau. Ja, dann film die Sonnenblumen. Ein K ist doch gut, oder? Ende! Und, äh, yo, jetzt will Ausstrahlen. Yeah, juhu, ich war tot. Und lebe wieder. Story. Off my life. Ja. Wunderschöne Kapselfilme. Oh ja. Was ist das? Ist das ein Fahrstuhl, oder was ist das? Naja, da geht's ziemlich tiefer. Tief. Und das kann man sich jetzt noch speichern, ne? Ja, wenn man möchte, kann man das speichern. Ja. Da kann man sich das Video auf den Desktop speichern und später benutzen. Ach ja, das ist ja witzig. Das ist, glaube ich, nur so eine komische Dateiendung, die man erst noch formatieren muss. Weißt du, was viel lustiger ist? Marcel? Erzähl. Wir müssen jetzt ins Bett gehen. Ach, jetzt zeigt sie ihren Trick wieder. Die schummelt. Die schläft jetzt gerade von unten im Bett. Das ist nicht richtig so. Oh doch. Du, jetzt komm mit, ich zeig dir, wie das richtig funktioniert. In mir stirbt gerade etwas. Okay, gut. Ich weiß jetzt nur nicht, unter welchem Bett sie klebt, aber... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie ist runtergefallen. Ich lege mich mal hin. Nein, ich klebe noch. Okay. Dann gute Nacht da unter der Decke. Sie ist der Fledermaus. Okay. Ich bin ein Flederhörnchen. Flederhörnchen, genau. Ich habe das Gefühl, das ist nicht unsere Uhrzeit. Ich bin ein bisschen mehr Panne als sonst. Okay. Ah, I love it. Plop. Ach, hier kann man sein Gesicht ändern. Interessierend. Ich will mein Gesicht vom letzten Mal wieder haben. So. Mein Kotzen ist... Ach ja, richtig. Tobiets, ich habe deine Taschenlampe gerettet. Oh, das ist aber nett. Wo denn? Naja, die lag an deiner Leiche. Ach so, ah ja. Schön. Okay. Okay. Also, es gibt keine frischen Taschendampen? Nein. Oh, bitte. Dann Dankeschön. Gerne. Ich habe ein Lämmchen. Ja, dir geht ein Licht auf. Ja, gelegentlich. Denkt dran, sie kostet Akku. Ja, okay. Gut. Na dann. Auf ein neues. Also, der Zuschauerwunsch war, ich sterbe durch Sturz nicht. Also, ich sterbe nicht, wenn ich da reinfalle. Ist das richtig? Du kannst ja nur einen kleinen Abgrund nehmen. Ich wollte nur, dass du nicht so tief hältst. Aber auf der Kamera sieht das dann so aus, als würdest du dich opfern. Oh. Push, push, push. Der da ist. Alles klar. Pull the lever. Ja. Jetzt sind wir wieder erstmal hier. Ich bin gespannt, ob sich die Karte irgendwann ändert. Gibt es da nicht eine Akku-Anzeige? Kann ich irgendwo sehen, welche ich noch habe? Unten links. Ach, da steht mein Tee. Oder nee, ganz klar unten links ist dein Leben. Ich habe oben rechts 100% Speicherplatz. Da müsste bei dir oben rechts auch irgendein Akku sein. Ich habe oben rechts 90% Akku. Ja, richtig, genau. Ich habe oben rechts 90% Akku. Ich habe oben rechts 90% Akku. Ja, richtig, genau. Na, kannst du ein bisschen Drinks zubereiten? Ich habe gerade aber überlegt. Nee, ich trinke das selbst. Das ist für mich. Ja, das ist für mich. Alles verschüttelt, alles leer. Liegt die Ruhm. Oh nein, warum tust du das? Ich habe heute, normalerweise singen wir No Milk Today, wegen dem Grocery, ich kann das heiß als Wort, Store Simulator, habe ich heute noch daran gedacht, dass wir das auch noch weiterspielen müssen. Ja. Oh, da können wir Two Beats eigentlich auch mit zunehmen, dann kann er mal den Runner spielen. Hilfe, Hilfe, ich werde ausgesaugt. Kann ich das irgendwie ändern? Das ist doch nur hier Mr. Schnecki. Ja, aber Schnecki hat meine Kamera gefressen. Oh, da ist nochmal Schnecki Punkt 2. Wie, hat die Kamera echt? Das ist fast ein bisschen putzig. Ich habe keine Kamera. Bist du dir sicher? Oh, liegt die da hinten irgendwo? Ich hoffe. Ja, hier ist sie, hier ist sie. Tubitz, jetzt liegt es an dir. Äh, nö. Oder? Wenn du die Kamera hast, dann musst du... Ah, filmen. Nee, nee, Piri hat sie. Oh mein Gott. Piri hat sie. Oh mein Gott, ich gehe drauf. Könnte mir jemand helfen? Ich weiß nicht, wie ich hier... Oh mein Gott. Wie machen Sie das? Ich habe keine Ahnung. Bin ich jetzt weg? Ja, ich habe dich quasi ersetzt. Ich sehe es schon. Sie sind zu zweit. Okay, ich, ähm... Oh, sie sind zu dritt. Ich lebe aus solchen Gründen noch immer. Wir sollten mal irgendwo anders hingehen. Sie sind zu dritt. Äh, hier ist noch so ein Blob. Piri, äh... Oh schön, ist das gut. Piri, lebst du noch? Hier ist ein Blob. Hier, bei den Drillingen und dem... dem Schleim-Blob. Oh mein Gott. Tubitz, lauf mal. Ich bin im Blob. Du bist der im Blob? Piri! Wo ist denn? Ich höre gerade gar nichts mehr. Tubitz ist im Blob. Hinter mir kommen die... die Schnecken-Drillinge. Wo ist denn der Blob? Hinter den beiden da. Lass mich in Ruhe. Ich bin hier. Soll ich mal reinspringen? Äh... Piri, hinter dir kommt ein Schnecki. Oh Gott, der ist ja schnell. Das geht bei euch so. Oh Gott, der verfolgt mich. Oh mein Gott, ich bin weg. Aber der ist ganz niedlich. Der will nur spielen. Ja, nee, 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 nee. Sag mal, was ist mit dem? Ja, okay. Aber nicht mit mir spielen. Ist er weg? Ich hoffe. Ist er... Wo seid ihr Leben? Oh no, ich höre sie saugen. Oh no! Oh no! Okay, ich lebe immer noch. Ich höre ihn noch. Two Beats! Komm nach oben! Two Beats? Two Beats? Two Beats? Two Beats? Hallo? Lebt ihr noch? Vorsicht, Frau Schiedesdingen steht da. Okay, ich sehe so. Wo bist du? Ich höre dich so laut. Hallo? Ja, ich bin, äh, oben. Äh, äh, auf der Treppe. Ich seh dich! Ich warte auf Two Beats. Lebt der noch? Weiß ich nicht, aber der Snapey kommt. Oh! Two Beats? Two Beats? Two Beats? Oh, äh, der ist, oh mein Gott. Ich, äh, ich kenne den Weg nach draußen nicht mehr. Oh mein Gott, ich hätte schon mit einer Schnecke. Du wohnst da oben! Ja, zu spät. Ich bin im Schleim und, äh, an der Schnecke und ich glaube, ich, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Two Beats ist tot, Peri, du musst gehen! Lauf! Two Beats ist tot, ich hab's gelesen! Peri, geh ohne mich, ich bin bald tot! Ich, ich, ich hab überhaupt keine Ahnung, wo ich bin. Ich muss nach oben, ne? Hat sie gesagt? Peri, bist du noch da? Peri? Oh mein Gott, wir haben's überlebt, wir haben schon wieder Two Beats verloren. Oh nein, wir brauchen einen neuen Two Beats! Das war noch ne Serie. Ja, ne? Two Beats hat in den Chat geschrieben, er ist tot. Und John Doe schreibt nicht in den Chat schreiben, das ist wie Chiden. 22 Dollar, ich glaube, ich werde verrückt. Hat er uns jetzt gekostet? Ja! Das ist ja ne Schöcher. Tobi, du bist teuer. Tobi, dein Leben war, dein Leben war, dein Leben war 22 Dollar wert. Das hast du uns gekostet. Das ist, das ist deprimierend. Nur 20? Was? Okay, na gut. Alles klar. 22 Dollar. Was, was sagt man dazu? Hey, wir haben gestern für den ganzen Tag, dass wir unser Leben riskiert haben, 200 gekriegt. Also ist das relativ wertvoll. Okay, da hast du recht. Hast du so gesehen. Hier ist ein Leben voll allgemein nicht viel wert. Na, ich bin gespannt. Tja. Auf die Plätze fertig sitzen. Okay. Okay. Yeah. Ja, kannst du uns nen Drink zubereiten? Nee, ich trinke das selbst. Das ist für mich. Oder? Wenn du die Kamera hast, dann musst du... Ah, auf den. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Könnte mir jemand helfen? Ich weiß nicht, wie hier... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich quasi ersetzt. Ich sehe es schon. Und rett. Ach du, halt. Wir sollten mal... Es ist im Blob. Hinter mir kommen die Schnecken-Drillinge. Ja, wenn der Blob hinter den beiden da. Ein rotes Star Trek-Hemd? Was bedeutet das? Ich bin hier. Soll ich mal reinspringen? Äh... Ferry, hinter dir kommt ein Schnecki. I wonder if Two Beats is having fun. Oh Gott, der ist so schnell. Oh Gott, der war... Oh no! Oh, der ist oben! Alles klar. Two Beats? Two Beats? Äh, hier geht es nicht nach oben. Das ist ein Nachteil. Hallo? Ja, ich bin, äh, oben. Äh, ach... Ich frage mich, ob Two Beats Spaß hat. Okay. Okay. Spring über die Brüstung. Spring, du schaffst es. Okay, okay, okay. Tschüss. Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Wir haben schon wieder Two Beats verloren. Oh nein, wir brauchen einen neuen Two Beats. Das war noch der Sieg. Alles klar. Gut, dann sind wir ja schon fast bei 3K. Ja. Yeah. Das heißt, wir dürfen jetzt mal nicht sterben. Ja, stimmt. Ich koste zu viel, ne? Ja. Also ich gebe mir Mühe, weniger zu kosten. Lauf nicht in Blobs. Okay. Grüß dich. Danke ich mir. Ja, du schläfst wieder wie eine Federmaus an der Decke. Okay. Kannst du auch, du musst nur hochspringen und eh drücken. Nein. Ich schlafe so, wie man das soll. Heute ist der letzte Tag. Okay. Ach so. Ich meine, wir würden mehr Gewinn machen, wenn ich dich mitgehe, ne? Ja, egal. Nix da. Das Spöktub möchte dich aber sehen. Ja. Ich wollte mich sterben sehen, ja. Ich habe vorhin gesehen, es gibt einen Helmshop. Was ist hier? Wir haben uns noch gar nicht hier umgeguckt. Schwimmbecken. Hui. Was habe ich denn da gerade für eine Idee? Wie kriegt man denn diese MC-Währung? Wir haben 200, glaube ich, oder? Oder ist das was anderes? Wir haben 416 Dollar und 0 MC. Also ich zumindest. Weiß nicht. Piri, was ist MC? Erzähl. Ha? Ha? Wir haben Währung Dollar und Währung MC. MC kenne ich auch nicht. Da hinten gibt es einen Swimmingpool für MC. Also falls du den Weg nicht verstanden hast, wir wollen einen Swimmingpool. Also eigentlich brauchen wir noch Wasser. Hm. Gute Frage. Hol da einen Exorzisten, ja. Guter Rat von John Doe. Ah, cool. Ah. Ist ja eine Leiter. Ja. Wo? Wo, 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 wo? Äh. 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 Okay. So klettert, Mann. Ja. Anscheinend. Oh ja, das geht. Ich bin der König der Welt. Oh. Oh, meine Stimme ist weg. Ich habe zu viel rumgemotzt. Die letzten Tage. Na, ja, 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 ja. Oh, was war das? Eine Drohne? Peri hat Geld ausgegeben. Die Frau war wieder shoppen. Oh, okay. Lässt man sie einmal allein? Ja, das passiert. Das, äh, darf uns nicht nochmal passieren. Möchte jemand vielleicht, warum seid ihr auf dem Dach? Tja. Könnt ihr denn nochmal hochgehen? Während du, ja, während du shoppen warst, haben wir die Welt erkundet. Äh, ja. 100 Dollar hat die ausgegeben. Boah. Für den Hammer. Frechheit. Ich weiß nicht. Ihr habt bestimmt wieder eine Schuhe gekauft. Hat der Hammer schon gekauft? Das hätte ich ja noch reingesehen. Also. Liebes Bögtub. Jetzt könnt ihr sehen, wie zwei verzweifelte Seelen einfach vom Dach springen. Allihopp. Und los. Ouchi. Hat dir das, äh, hier Lebenskraft, äh, Lebenszeit gekostet? Lebenszeit ja, aber Energie nicht. Einer darf jetzt erst das Richtmikrofon mitnehmen. Oh, 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 oh. Ah. Besser. Ich dachte, das ist ein Hammer. Okay. Oh, entschuldigen. Das, das, das kann man auch sagen, das ist auch, das ist auch der Corona-Puschel, ja? Das sind so diese zwei Armlängen. Okay, verstehe. Was sagen Sie dazu? Inklusive, inklusive XXL-Teststäbchen vorne dran. Nur schon hundertmal benutzt. Und der muss auch bis zum Rachen, ne? Oh Gott. Hallo? 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 Ich verweigere die Aussage, okay? Okay. Oh, ich hakele gerade. Oh no. Oh no, Flausch? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Okay. Da warst du kurz einmal brrrrrt. Ich hab da eventuell, vorhin warst du in der Fritzbox umgestellt, damit es besser laufen sollte. Achso. Oh, ich bin mal gespannt, ob ich meine Aufnahmen überhaupt nutzen kann. Ich sehe die ganze Zeit, wie es im roten Bereich übersteuert. Das macht's gruseliger. Wo ist mein Mikro? So, ihr Bein gruselgestalten. Wat? Ich, 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 ich hink fest. Sekunde, ich, ich arbeite dran. Ich, ich, ich geh erstmal raus, warte. Jetzt hole ich's raus hier, so. Läuft gut. Oh, herrlich. Damit kannst du auch die Snapeys da auf Abstand halten. Also, du musst Licht machen, ne? Und ich, ich mach Ton. Okay. Ja, du machst, du machst übrigens da Ton, ja, wo du es hin hältst. Und wenn du es in seine Füße hältst, ja? Dann werden meine Schritte, ja. Aber wie? Das wird hier so, äh, ASMR-Video. Das geht ja tatsächlich. Ist ja cool. Ja, ja. Wahnsinn. Komm mir gleich eine Tonne schwerer vor. Nur eine? Ja. Was soll ich gucken? Och, guck mal, wir haben noch eine Doe. Wie viele sind das denn? Weil mir steht gerade M-Do. So viele Rehe. M-Doe? Ohne das... Also, bei mir steht der Chat gerade, ich kann nichts sehen. Oh mein Gott. Wo ist, oh mein Gott. Ja, ja, ja. Aufschauen Sie schon mal. Da ist ein Brustkorb. Soll ich ihn aufnehmen? Ja, ja, du musst das Richtmikrofon auf Tubi halten und Tubi muss das kommentiert. Aber direkt daneben, bitte. Okay, wir stellen so eine Position. So, jetzt gehen... Wirst du das kommentieren? Ja, wir gehen auf Sendung in drei, zwei, eins. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat mal gelebt. Oh mein Gott. Schaut mal hier. Oh mein Gott. Reicht das? Wie werde ich das jetzt wieder los? So. Du kannst ja nicht sehen, wie... Entschuldigung. Oh mein Gott. Was war denn? Oh mir kommen die Tränen. Oh, was war das? Irgendein Kabel ist an dir. Das ist gerade spannend. Da ist ein Monster. Da ist ein Monster. Oh mein Gott. Der hat einen Enderhaken in mich reingeschossen. Nein, ich halte Flauschi fest. Ich halte Flauschi fest. Das Mikro hält mich. Achso, okay. Das Mikro hält mich, habe ich gesagt. Ich glaube sie nicht. Ich bin weg, ich bin weg. Wie? Wohin? Wo bist du? Ich bin einfach durchgelaufen. Hauptsache weg. Ach, da ist sie. Ich habe sie gefunden. Sie ist hier. Das Mikro hat mich gerettet. Aber er ist immer noch hinter uns. Oh, er ist immer noch da. Wo ist Piri? Weiß ich nicht. Hinter, hinter. Ah, da. Wo ist er? Hinter, hinter uns? Ja, das ist ja eine Angabe. Ja, da. Oh, oh. Kommen wir rüber, Dicker. Hier bin ich. Dudu. Piri? Oh, jetzt hat er mich. Jetzt hat er mich. Mich auch. Nicht gepfunden. Oh, oh. Ups. Genau. Wo ist jetzt Piri? Hurra. Wir leben noch. Oh no. Schämlich. Nein, 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 nein. Aber ich sehe Piri. Piri. Also ich erahne sie. Sag mal. Oh no. Ich sag's dir gleich noch mal mit dem MC. Mit dir. Okay. Oh nein, das Piri geht's alleine. Rettet die Kamera, rettet die Kamera. Wir hätten's gerne getan. Oh je. Ob sie daneben rauskommt? Heißt das, du kannst mich jetzt auch hören? Jetzt kann ich dich hören. Dir noch bist du auch tot, ne? Ja. Hoffentlich versteht sie, dass wir nicht mehr leben. Mal sehen. Sie ist so loyal. Ja. Ja. Aber sie weiß auch Kamera retten. Letzter Tag. Ah ja. Von dem Bombenvieh weg. Ja, film das noch. Und jetzt rennen. Wir laufen, auf, auf. Okay. Sieht gut aus. Okay. Das ist echt eklig, das Bombenvieh. Ach so. Nee, ist ja richtig. Hätte, wenn die jetzt noch Fallschaden gekriegt hätte, das wär's gewesen. Ja. Fallschaden tot. Kurz vor Ende. Ah doch, einfach. Wir kommen da nicht mehr wieder. Ich mein, irgendwann muss sie fahren, weil wir haben auch ne Sauerstoffanzeige. Ach, das ist das da hinten auf ihrem Kanister, ja? Ja, das müsste unten links bei uns ein Bild gewesen sein. Nein, Peri, nein, geh nicht raus, Peri, geh nach Hause. Geh doch einfach nach Hause. Man muss loslassen können. Ja. Wo seid ihr? Nein, Peri, geh nach Hause. Ich glaube, sie sind tot. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, mach die Tür zu. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich war mir fällig so froh. Ja. Oh mein Herz. Oh mein Herz. Ich hoffe, sie ist ja, Gott sei Dank. Tschüss. Tut mir so leid. Das müsste ich sie doch nicht verwachen, wie kann sie nur? Okay, hallo. Oh, das ist ja noch teurer diesmal. Diesmal haben wir Lust gemacht. Wo ist sie hin? Da. Du hast so zum Sterben zurückgelassen. Ich konnte sie nicht. Ich konnte sie nicht sagen. Da war so ein Krabbschi noch mit ganz langen Armen und noch eine wandelnde Bombe auch noch. Peri. Peri. Sie hat mich von mir eine Bombe genannt. Wir waren schon tot. Oh no. Wir haben mit dir gefiebert und es hätte dich fast durch die Tauchbocke geschnappt. Oh shit. Ich bin also im richtigen Moment nach hinten gegangen. Im letzten Moment bist du gefahren. Oh, es ist schön. Alles klar. Oh Gott. Und ich hoffe, du wirst gleich sehen, warum wir lachen müssen. Ich bin gespannt, ja. Das wird bestimmt demütigend, aber okay. Ja. Es war kurz gut, weil er uns als letzter versteht. Du siehst ja nicht das, was wir in dem Moment sehen. Liebe Spögtum. Jetzt könnt ihr sehen, wie zwei verzweifelte Seelen einfach vom Dach springen. Alle hopp. Okay. Und los. Outsch. Outsch. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott. Der hat mal gelebt. Oh mein Gott. Schaut mal hier. Oh mein Gott. Reicht das? Das ist ein Monster. Oh mein Gott. Der hat einen Enderhaken in mich reingeschossen. Ah. No. Nein. Halt, halt, lau. 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 Das Mikro hält mich. Das Mikro hat mich auch gerettet. Okay. Oh, oh. Das Mikro hält mich, habe ich gesagt. Ah. Ich hoffe nicht. Jetzt. Oh. Ich bin weg, ich bin weg. Die. Oh. Oh, jetzt, jetzt hat er. Nicht getötet. Gut. Ich erahne sie. Das ist was er dazu in der Aufnahme. Rettet die Kamera. Rettet die Kamera. Da waren wir schon tot. No. Ja. Rettet die Kamera. Wie auch immer. Oh, mein Herz. Peri. Ja. Peri. Sie hat mich von der Aufnahme genannt. Wir waren schon tot. Oh no. Du, wir haben mit dir gefiebert und es hätte dich fast durch die Tauchglocke geschnappt. Oh shit. Du wirst gar nicht sehen, warum er lachen wird. Okay. Ich habe dir das Mikrofon in die Fresse gedrückt. Zum Schreien aus. Das ist nett von dir. Ja, aber musst du dich auch hören. Hey Leute, wir haben die Quote erreicht. John, du hast recht. Wir haben die Quote erreicht. Ja, sehr schön. Auf jetzt. Das heißt, äh, okay. Okay, dann will ich das auch probieren. Ich kriege es natürlich wieder nicht hin. Ach, E drücken, ne? Ja. Ne. Okay. Ich glaube, ich gehe, ähm, die erste Etage. Ah, du musst nur das Bett treffen. Ich habe es geschafft. Ich musste noch nicht mal springen. Ich habe nur nach oben gedruckt. Alles klar. Was heißt auch drei Tage? Wir hatten doch schon drei Tage. Naja, jetzt haben wir neue drei Tage. Nächste Stufe. Und jetzt müssen wir fast 40.000 Aufrufe kriegen. Nicht, dass wir schon mit 3.000 Schwierigkeiten hatten, ne? Machen wir aber eine fixe Runde draus, damit ich gleich auch mal zu meiner Dose komme. Ah ja, ganz wichtig. Brauchst du die Tasche? Ich gehe so. Alles gut. Ich habe das Mikro ja verloren. Ich bin der Köder. Oh no, stimmt, das Mikro. Brauchen wir Neues? Sollen wir Neues eben holen? Wir haben 50 MC gekriegt. Wieso haben wir 50 MC gekriegt? Vielleicht wegen dem Mikro? Die ersten drei Tage vielleicht? Oder so, ja. Weiß es nicht. Mikrofon Coins. Das wird sein. Mikrofon Coins. Hm. Das Spiel ist echt witzig. Bevor ich mitgehe. Oh. Wartet eine Sekunde auf mich. Ich muss einmal hier bei meinem. So. Oh, da kommt schon was. Äh. Ich geht. Kann der hier rein? Ja. Ja, ja. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Okay. Die können aber auch durch Türen greifen, ne? Oh, okay. Wenn du zu nah dran stehst. Ich bin ganz weit weg. Oh. Peri, du hättest vorhin noch einfach hier gucken können, ne? Da hättest du gesehen, dass wir tot sind. Wo denn? Hier. Ah. An der Anzeige. Hier? Oh, lol. Ich bin so dumm. Ja, aber das ist neu, oder? Nee. Ich glaub, die gibt's schon öfter. Äh, länger. Ich glaub, der geht nicht, oder? Ich weiß nicht. Also, ich kann ja mal schreit rausrennen oder so. Okay. Du hast gesagt, du opferst dich. Okay, los geht's. Ich? Genau. Komm her, du Bastard. Guck, guck. Ja, ich bin lecker. Komm, hier lang. Ja, 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 genau. Und hier runter. Oh. Oh, bitte. Oh Gott, es hat mich. Oh Gott, was passiert? Oh mein Gott, was? Wie soll ich denn hier wegkommen? Sag mal. Okay, ich hab die anderen beiden verloren. Was? Wo bist du? Attackiert worden. Ich bin in deiner Nähe. Ich laufe aber mal weiter. Ich seh dich. Aua. Ich will das nicht überleben. Oh Gott, da muss ich die Kamera retten. Oh nein. Peri? 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 Irgendwo? Irgendwo hier muss es doch sein. Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich bin alleine. Peri? Peri? Irgendwo hier muss sie doch gestorben sein. Hallo? Two Beats? Jemand hier? Two Beats? Two Beats? Ja, ich bin's, aber ich bin im Gesellschaftlauf. Ja, ich glaube, die Peri ist tot und die hatte die Kamera und ich weiß nicht wo. Oh, Mist. Irgendwo hier. Er sagte, ah Mist, waren das seine letzten Worte? Ich kann mal gucken, ob die Peri wirklich tot ist, aber sehr wahrscheinlich, ne? Oh, die Kamera. Oh mein Gott, wir haben Peri verloren und ich habe Tubiz auch verloren. Ich hoffe, er lebt noch. So, jetzt gehe ich gucken. So, Peri, Sauerstoff, äh, da steht nicht, dass sie tot ist. Schließ die Tür. Ne, ich will die Tür nicht schließen. Tubiz Entfernung 50 Meter. Ändert sich das irgendwie? Oh Gott, liegt das jetzt an mir? Ja, ich habe Sorge, dass es jetzt an mir liegt. Das kann nicht gut ausgehen. Okay, Peri hat schon ein bisschen aufgenommen. Hoffen wir mal, dass es gute Bilder sind. Irgendwo hier ist ein Monster und ich habe Sorge, dass es Tubiz gefressen hat und dass es mich auch fressen wird. Ich weiß nicht, ob wir hier leben, wie da rauskommen. Ah. Ich laufe im Kreis, aber irgendwo ist hier das Vieh. Ich will nur eine Aufnahme von diesem Vieh haben. Erst ist das überall und jetzt ist das weg, ja? Was ist denn hier? Oh. Oh mein Gott, du bist ja, du bist ja eine Schnecki. Ich habe mich voll erschrocken von dir, du Penner. Ich suche den Riesenkerl. Jetzt bin ich wieder woanders, wo ich eigentlich hin wollte. Ich habe was gehört. Ich habe irgendwas gehört. Was ist das? Ich höre Schritte. Sieht anders aus. Oh Gott, ich finde die nie wieder zurück. Ich gehe jetzt zurück. Ich sichere jetzt das Material. Ist das zurück? Das ist zurück. Oh mein Gott, wir haben noch 34% Speicherplatz. Hier liegt ein... Was ist das? Hier liegt ein Schädel. Den nehme ich mit. Ja. Ich habe den Schädel hier fallen lassen. Wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Ich habe jeweils 42 Dollar gekostet. Ja. Aber das ist schon mal weniger deprimierend, als 22 zu kosten. Was ist hier passiert? Was ist mit euch passiert? Wo seid ihr hin? Ich war ganz alleine und ich hatte Angst. Oh. Sei froh, du wurdest wesentlich zu Tode getrampelt. Nee. Genau, genau. Aber mich hat der Schnecki mal erschrocken. Was sie sagt. Haben wir gesehen. Du hast den fertig gemacht. Nee, der hat mich erschreckt. Ja, der arme. So, Speicherplatz voll. Ich habe nur gedacht, schnell die Kamera muss Richtung Tauchglocke. Das war ja mein einziger Gedanke. Und ich laufe im Kreis und such dich und such dich. Und ich denke, die muss doch hier irgendwo gestorben sein. Ich habe gedacht, die ist bestimmt da runtergefallen oder so. Und dann liegt die direkt vor der Tauchglocke. Mensch, Mensch, Mensch. Okay, dann. Du weißt, wie nervös ich werde, wenn alles auf einmal an mir liegt. Es ist zu viel Druck. Ja. Kann der hier reißen? Ja, ja. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Komm her, du Bastard. Waaah. Kuckuck. Ja, ich bin lecker. Komm, hier lang. Ja, bei. Und hier wegkommen. Sag mal. Okay. Oh mein Gott, wir haben Peri verloren. Ich habe Tupitz. Ich habe Tupitz auch verloren. Ich habe erlebt noch. Bitte. Finde was raus. Das kann nicht gut ausgehen. Irgendwo hier ist ein Monster. Und ich habe Sorge, dass es Tupitz gefressen hat. Und dass es mich auch fressen wird. Ich weiß nicht, ob wir hier neben wieder rauskommen. Oh mein Gott. Du bist ja eine Schnecki. Ich habe mich voll erschrocken von dir, du Penner. Ich bin ein riesiger Kerl. Ich habe was gehört. Ich habe irgendwas gehört. Was ist das? Ich höre Schritte. Es sieht anders aus. Oh Gott, ich finde die nie wieder zurück. Es bringt aber Klicks. Ich sichere jetzt das Material. Irgendwie schon. Yes. Oh mein Gott, wir haben noch 34 Prozent Speicherplatz. Gut, das ist aber auch jetzt bestimmt ein bisschen anders, weil wir brauchen ja 39.000. Wir gehen jetzt. Don't touch that stuff. Was ist mit euch passiert? Wo seid ihr hin? Ich war ganz alleine und ich hatte Angst. Sei froh, du wurdest wesentlich zu Tode getrampelt. Nee. Genau, genau. Pay to me to the sink. Du hast den fertig gemacht. Nee, der Fähre schreckt, der Arme. Okay. Ja. War gar nicht so schlecht. Ich war nicht so schlecht dafür, dass ich alleine aufgeworfen war. Ja, dafür, dass da am Anfang gleich alles vorbei war, ne? Du hast direkt von Anfang an gesagt, du opferst dich. Ja, ja. Stimmt. Alles klar. Einmal ganz kurz, ganz, ganz schnell in meine Küche. Aber ihr könnt ja schon mal ausmachen, wer jetzt die Kamera nimmt. Wir können auch shoppen gehen. Jetzt ist sie weg. Jetzt können wir Geld ausgeben. Oh, jetzt können wir, ja, genau. Was gibt es denn hier zu eines? Etwas Teures, Nutzloses hätte ich gern. Also Taschenlampen brauchen wir nicht, ne? Langer Lichtgeber Pro. Nee, so viel Geld haben wir gar nicht. Wir haben 481. Gesundheit habe ich beim letzten Mal schon nicht verstanden. Wobei Defibrillator könnte bedeuten, dass man jemanden wiederbeleben kann. Aber das ist immer sehr riskant, ne? Tod bei Tod. Ja. Ich glaube, das Mikro war nicht schlecht. War das das? Stimmt, ne? Das ist ein geile Mikro, ne? Ja. Ich klicke das mal an. Rettungshaken. Gott, da muss ja auch schnell sein, ne? Der Schockstab war geil, aber den können wir uns nicht leisten. Sketchpad. Ob der da ist. Obwohl, wir haben 481 Dollar, ne? Ja. Könnten auch das Reporter-Mikro lieber nehmen. Mhm. Sollen wir das probieren? Das ist günstiger. Kann man machen. Weiß nicht, wahrscheinlich bringt das teurere mehr. Was haben wir denn hier noch? Klebegranate. Einmal ist Peri draufgegangen, während sie eine Konfetti-Granate geworfen hat. Okay. Gießt. Ist auch so teuer. Konfetti-Kanone. Kostet nur 5 Dollar. Die kaufe ich auch. Oh. Bestell das mal. Eckenkamp? Was? Hör euch. Verringer. Oh. Äh, nee, äh. Das war jemand anderes. Ja, schön. Möchtest du die Konfetti-Kanone oder das Mikro? Also ich nehme nichts, was wertvoll ist. Nehmt ihr doch. Ach so, einer muss ja auch die Kamera halten. Richtig. Was hättest du denn gern? Nimm du mal die Konfetti-Kanone. Du musst sie im richtigen Moment, musst du sie knallen. Ich habe sie am Anfang aus Versehen gestartet. Und was passiert dann? Wenn du sie jetzt benutzt, dann ist sie auch weg, ne? Also noch nicht. Okay, was ist denn der richtige Moment? Naja, Peri ist mal auf den Schneckenmann zu und wurde gefressen und hat währenddessen die Konfetti-Kanone geknallt und ich habe es gefilmt. Ah, das kriegt gut. Okay. Das kriegt nach einer Rolle für mich. Ja. Jetzt muss nur die Peri kommen und die Kamera nehmen. Aha. Ach, da ist sogar ein Bild im Bild drin. Das ist ja schön. Ein Bild im Bild? Also man sieht, was sie aufnimmt. Ja. Steht die Peri denn? Können wir die schon mal rausschubsen? So. Das, das. Huch, ich hakel. Oh, da bin ich wieder. It's a special effect. Blubb. Da bist du. Sie hing unter der Decke. Hätte ich sicher gar nicht rausschubsen können. Nee. Peri, du nimmst Kamera. Attackeee. Okay. Sie wird hoffentlich wissen, was sie tut. Warum habt ihr nicht den Schockstab gekauft? Der war so teuer. Oh no. Ich glaube, wir haben jetzt nur 55 Dollar ausgegeben. Oha. Ich höre schon wieder irgendwas hier rumlaufen. Schnell auf und raus. Okay. Raus, 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 raus. Ich habe das Mikrofon. Muss ich das irgendwie aktivieren? Jemand hinhalten? Rechte Maustaste. Hallo? Hallo, was sagen Sie? Hallo, 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 hallo. Guten Tag, guten Tag. Ja. Guten Tag. Da ist irgendwas. Wo? Und schön. Da? Oh, ich ruckel. Oh nein. Ich ruckel. Ah, ich bin wieder da. Sehr schön. Der Kamera macht uns weg. Da willst du jetzt runter? Das ist vielleicht ganz gut so. Da runter? Oh, sorry. Hallo. Ich würde sagen, wieder zum Gebäude, oder? Wir folgen dir. Ah. Hier, das sieht doch gut aus. Da, warte mal. Was? Da hat es schon wieder so getrippelt. Trippeln wir vielleicht? Nee. Das dachte ich auch gerade. Nein? Unsere gerade Zielen-Schritte? Also ich habe das Mikrofon gezogen, ne? Vielleicht ist es auch davon aber was. Ah, okay, kann sein. Da, ich habe was gehört. Ich wusste, ich habe es gehört. Was zum Kuckuck ist das? Soll es interviewen gehen? Oh, das ist süß. Ja, ja, ja. Oh, ist der putzig. Wir haben eine Konfettikanone, Piri. Du darfst das nicht verpassen, ne? Komm, wir machen jetzt für dich hier. Komm, du mit. Gutschi, Gutschi. Piri, du behältst uns zum Glück. Wo denn? Wo denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wir haben nur eine Frage. Nur eine Frage. Wir möchten mit Ihnen über Gott reden. Oh Gott. Wo sind Sie hin? Okay, jetzt haben wir ihn vertrieben. Entschuldigung. Ich glaube, der möchte nicht über Gott reden. Nee. Wer will das schon? Egal. Da, ich habe ihn. Hier ist er. Ja, komm her. Guten Tag. Das ist Schnecki. Nein. Oh, oh, oh. Hilfe. Ja, hierher. Was soll das? Warum kann ich meine Kanone, finde ich, auslösen? Sagen Sie mal, was soll denn das? Du hast sie schon ausgelöst. Echt? Ach so, das haben Sie. Ich habe nur so ein bisschen die Fetzen gesehen. Na, 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 na. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, ich, na. So, wir müssen noch mal was anderes aufnehmen als Neyli. Hast recht. So, du bist anwaltig. Geh weg. Aber da war doch vorhin ein anderer, oder? Ja, so putziger. Das waren sogar vier. Vier? Oh, Matthias. Ja, das war eine ganze Gruppe. Da ist wieder Schneckimann. Ja. Er hat auch keine Läser auf uns, habe ich den Eindruck. Okay. Vielleicht mal hier hoch. Wo sind wir? Oh mein Gott. Ich finde ihn wieder zurück. Oh. Guck mal hier. Wo ist hier? Mein Haus. Wo ist Tobit? Da. Bist du weggelaufen? Ja. Du sollst nicht weglaufen. Ich bin meine eigene Wege gegangen. Nein, du sollst nicht weglaufen. Habt ihr das gehört? Nein. Was? Oh ja, ich höre es auch. Das ist seltsam. Ich bin mir nicht sicher, was ihr hört. Ein Snarren-Sorne. Nee. Ich habe eher so ein Klick-Klick-Klick-Klick. Genau, das habe ich auch. So ein bisschen. Ah! Oh mein Gott. Den möchte ich nicht interviewen. Den... Aua! Ich habe auf die Fresse gekriegt. Ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich bin tot. Oh, gut. Wir sind tot. Piri muss es reißen. Aber das hat sie jetzt mitgekriegt, oder? Ich hoffe es jetzt mal. Habt ihr mitgekriegt? Man kann es nicht richtig an der Anzeige erkennen, ne? Ja, allerdings. Stimmt. Da stand ja richtig Sauerstoffentfernung. Alles da. Ja, ich hätte halt nur zugucken können, wie der Sauerstoff ausgeht. Aber mir dann auch. Ja. Ja, genau. Kann der unterschiedlich schnell ausgehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich weiß nicht, ob das was ausmacht, ob man mehr rennt, oder... Also, normalerweise würde es ja mehr ausmachen, aber... Ob das Spiel das auch kann? Okay, sieht gut aus bisher. Aber was hat uns denn da eigentlich gerade erwischt? Ich habe das gar nicht richtig gesehen. Ich bin mir auch ein bisschen unsicher. Hoffentlich hat sie es auf Kamera. Ich habe erst gedacht, das wäre so eine Steinhand oder sowas. Ah, okay. Aber es war so schnell und dann war ich schon tot und dann habe ich noch... Piri wird immer nur gewirbelt und dann steht sie wieder auf und läuft weiter. Ja, wie macht die das? Ich weiß nicht, ich glaube, die schummelt. Ich habe es wirklich ein bisschen gehört. Ah, genau. Ach, 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 ach. Ach, ach, ach. Ja, sehr gut. Und jetzt bloß nicht warten. Bitte nicht. Ich würde doch wohl gehen, oder? Ich ist jetzt so weit gelaufen und da hat keiner von uns mehr gehört. Ach. Ja, 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 ja. Mach zu. Was im Gott sei Dank. Warum macht ihr nicht zu? Sie guckt sich das Schild an. Okay. Wir sind sehr weit weg, Peri. Wir haben alle nicht mehr sehr viel... Guck mal, sie hat ein bisschen mehr Sauerstoff als... Ach so. Ne, warte mal. Wieso hat sie mehr Sauerstoff als wir? Das freut mich ja auch. Ein Prozentsfahrer aber immerhin. Ihr dacht jetzt nicht, ihr seid beide tot. Doch, Peri. Ja, was dachtest du denn? Was? Ihr bewegt euch nicht. Es ist doch nicht euer fucking Ernst. Okay, sie hat es... Ach so, es ist die Show, ne? Sie... Nehmt sie auf? Ne, sie hat es gerade, glaube ich, nicht aufgenommen. Ne, es bringt nichts. Wenn ich jetzt sterbe, sind die Kameraaufnahmen komplett weg. Genau, Peri. Richtig. Rett es. Ah, ha, ha, ha. Peri. Ein paar Ambientebilder noch und dann... Aber jetzt ist aber gut. Da kommt jemand, Peri. Ja, genau. Sehr gut. Gute Entscheidung. Sehr gut. Knöppchen? 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 Ja, ja, ja. Jawohl. Ich gucke euch. Was? Brechheit? Ich kriege etwas zu hören. Summer. Okay. Okay, Alter. Das haben wir genau gehört, was du gesagt hast. Ja, ich hoffe euch, mich alleine zu lassen. Again. Wir sind einfach gefressen worden. Kann ich verstehen. Ihr seid auch zum Anbeißen, Süß. Ja. Das wirkt Trub. Ein Apfel. Das... Ja. Alle. Yay. Gut. Film, film, film. Film. Wir haben als Kinder auch dann noch irgendeinen Mist gefilmt. Hauptsache die Kassette war auch wirklich voll. Ja. Ja. Erlebnis war ähnlich. Nur mit weniger Monstern. Trotzdem hat sich irgendeiner auch verletzt. Wie lange braucht der denn zum Verarbeiten jetzt? Ja, Rändern dauert. Schneiden, Rändern, Hofladen. Ich hab sie. Sehr schön. Film, film. Film. Ich hab's gehört. Was ist das? Soll es interviewen gehen? Ja, ja, ja. Little guy. Wir haben eine Konfetti-Kanone, Piri. Du darfst das nicht verpassen, ne? Komm, wir machen jetzt für dich hier. Komm, du geht. Lauf, Piri, du behältst uns im Blick. Guten Tag. Das ist Schneckchen. Das ist der Strecke. Ah. Das ist gut. Ah. Ja. Oh nein. Wo sind wir? Ah. Ah. Oh mein Gott. Da hat's mich runtergeworfen. Don't touch that stuff? Hä? Warum fall ich grad von der Couch? Hm? Das ist so eine Leine passiert. Dich hat's umgehauen. Ja. Das haben wir genau gehört, was du gesagt hast. Ja, ich hasse euch. Ja. Mich erleiden zu lassen. Again. Wir sind einfach gefressen worden. Boah. Nee, kann ich verstehen. Ihr seid ja auch zum Anbeißen süß. Ja. Das wirklich. Ein Apfel. Da siehst du. Like this comedy if you love apples. Ja. Hat sogar 114 Views bekommen. Das war früher auch echt ärgerlich, als es dann noch so Kassetten gab. Warum hat das jetzt 18.000 Aufrufe gekriegt? Ich fall von der Couch. Ich hab's vergessen, wie man sitzt. Das ist so herrlich. Das ist alles von alleine passiert. Ich komm hier nicht weg. So, dann bin ich wieder. Okay, perfekt. Sehr schön. Dann ab unter die Decke. Unter die Decke, ja. Ja. Alles klar. Tradition muss man bewahren. Plopp, plopp, plopp. Heute ist der letzte Tag. Oh, ob wir das hinkriegen? Oh ja. 12.000 Aufrufe. Du hast das Mikrofon nicht gerettet, oder? Nein. Ich wusste ja nicht mal, wo ihr gestorben seid. Mich hat das Ding einfach von oben runtergekegelt. Also wir haben 620 Dollar. Schockstab? Oh Gott. Da muss aber einer ran, ne? Du. Ja, du. Okay. Demokratisch. Und ein Mikrofon. Welches? Äh, gut. Das ist Reporter. Ja. Jo. Ich glaub, der ist kaputt. Nein. Ah, gut. Ah. Bssst. Okay. Achso. Das ist gut. Hello. Hello. Na dann. Gut. Auf geht's. Was ist denn das da hinten? Firds. Ja, stimmt. Das wollte ich vorhin auch noch gesagt haben. Da gibt's irgendwelche Hüte. Oh. Das klingt nach etwas, das man braucht. Haben sie mal über einen Hut nachgedacht. Oh ja, ein Hexen. Wie gut, aber ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Okay. Unser Screen, unser Green Screen kostet sogar 300 MC. Das ist eine Frechheit. Na gut, ab in die Hülle des Löwen. Yes. Oh, der Leber. So. Push. Push. Was ist denn jetzt 1%? Was ist denn, warum? Erklär dich. Was? 1% was? Mehr Sauerstoff. Ja. I don't know. Ich bin nicht so viel gerammt. Ah. Ich bin nur gefallen. Da habe ich die Luft angehalten. Okay. Achso, Mikro. Wie fühlen Sie sich hier unten? Mit der rechten Maus, hast du, kannst du mir das hinhalten, ne? Achso. Wie fühlen Sie sich hier unten? Ganz toll ist das hier unten. Überhaupt nicht kalt und so, ne? Ja, wunderbar. Sehr schön. Ambiente stimmt. Ja, ja, ja. Ich würde hier einen ziehen. Ja, aber die Heizkosten ist ein bisschen hoch, ne? Oh, das ist heftig. Oh, oh. Bitte, bitte? Wenn diese Dinger hier stehen, habe ich schon ganz oft gehabt, dass dann der Roboter da ist. Oh ja, ich erinnere mich. Das ist dieser Cage, da wirst du drin gefangen. Und ich kann abgesehen, da gibt es aber eine Reihenfolge, die man eingeben kann. Da kannst du deinen Freund daraus befreien. Du warst da, wo wir beim letzten Mal versucht haben, uns zu retten und dann zurücklassen mussten. Jämmerlich. Ja, weil der Bildschirm in der Wand hing. Halb in der Wand im Käfig. Und keiner wusste genau, was man wusste. Oh, hier haben wir was. Was ist das? Er sagt gar nichts. Er ist schüchtern. Was ist das? Hallo? Was ist das? Das ist ein Käfer. Ich glaube, es ist ein Käfer. Ein Käfer. Ich würde Chat gleich wieder sagen, mal Spüktub, don't touch dead things. Mut zum Hut. John Doe, du hast recht. Ihr seid echt leidensfähig. Hast du eigentlich irgendwas umgestellt, weil irgendwie dieses Delay gestern und auch heute, das ist viel länger als sonst. Delay? Nee, jetzt gerade weiß ich es ja nicht, jetzt bin ich ja nicht im Chat, aber du hast immer irgendwas gesagt, dann haben wir das alle da geschrieben und eine Ewigkeit später hast du da gesagt. Da ist was! Das habe ich gesagt? Okay. Ja, als du gestern so schön gefragt hast. Möchte jemand vorgehen? Ja, ich schocke ihn. Ich will ihn interviewen. Hallo, großer Mann. Ah, ich kitt. Ich habe ihn geschockt. Schockfrost, würde ich sagen. Geschockt. Habe ich ihn getötet? Erklären Sie sich. Ist er tot? Ist das Lenden? Nein. Nein. Okay, wir können weglaufen. Vielleicht sollten wir gehen. Okay, wir gehen. Tobi, bist du da? Er redet gar nicht mit mir. Tobi, komm mit. Ja, ich bin da. Oh, mein Schockstab ist leer. Das ist das Interview meines Lebens. Pack ihn vielleicht in die Tauchglocke so lange, dann können wir ihn wieder mitnehmen. Ah. Er kam übrigens gerannt. Wo ist denn die Tauchglocke? Der ist da. Wo? Wo ist hier? Ich glaube dort. Ich höre es schreien. Ich höre es grüttchen. Oh. Ich kann nicht mehr. Dort ist aber schlecht. Oh. Er ist leer. Oh fuck. Oh, das ist der Zweifel. Ich nehme die Kamera. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ach da. Ich habe sie. Okay, dann haben wir auch. Auf zur Tauchglocke. Ich habe sie. Das ist nicht gut. Ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Hier. Hier sagt sie. Ach da. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Du auch. Oh nein. Ein Schubsi. Den nehme ich gar nicht ernst. Oh, fehlt das. Fehlt das. Ich habe die Kamera nicht. Aber halber. Links klick. Die Aufnahmen sind furchtbar. Ach so. Links klick. Ah. Ja, 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 ja. Ah. Aua. Zaffa. Der spuckt hier rein. Ich versuche es ja. Ich, ich, äh, ich. Wer ist zu Tobi jetzt nicht rein? Ist er tot? Ja. Au. Wovon werde ich hier bitte getroffen? Oh nein, sag mal nicht, Peri ist auch tot. Ich sehe die Kamera. Ob ich das schaffe? Ah. Oh mein Gott, das war knapp. Ah, ich fahre jetzt einfach ohne euch. Oh Gott, nicht drauf gehen. Nicht, nicht drauf gehen. Das Spiel hakelt. Das Spiel hakelt. Hab ich überlebt? Hab ich überlebt? Ich habe, glaube ich, überlebt. Oh Gott, ich glaube nicht, dass wir... Oh Gott, ihr wart noch tot. Ihr wart tot? Ja. Oh Gott. Ja, 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 aber ich glaube, wir haben die Shy Guys nicht mit drauf gekriegt. Egal. Oh Gott. Ich bin rausgespurtet, hab die Kamera gegriffen und bin wieder reingerannt. Und ich bin ganz mutig gestorben. Ganz allein. Ich hab das super gemacht. Die mit den Messern heißen Shy Guys. Shy Guys? Oh, sehr shy, ja. Ich muss mal eben mal eine Tür wieder aufmachen. Ich muss mal gucken, ob der Kater gerade was gemacht hat. Oh, das geht ja auch ohne Trampolin. Toll. Hast du Spaß? Ja. Sieht man das nicht? Man könnte es ja ahnen. Ja. Aber ich hab irgendwie gerade nicht das Bedürfnis, das nachzumachen. Ach, ich bin da. Du hast... Okay. Okay. Hab ich gestört? Sie hat... Sie ist Trampolin gesprungen. Ich will nicht drüber reden. Okay. Okay. Ich frage nicht. Wie fühlen Sie sich hier unten? Mit der rechten Mauskasse kannst du mir das hinhalten, ne? Ach so. Wie fühlen Sie sich hier unten? Ja, gut. Ganz toll ist das hier unten. Überhaupt nicht kalt und so, ne? Er sagt gar nichts. Was ist das? Er ist schüchtern. Was ist das? Was ist das? Da ist was. Ach so. Das... Wo? Das hab ich gesagt? Okay. Oh no. Du hast gestern so schön gefragt. Möchte jemand vorgehen? Ja, ich... Ich schocke ihn. Ich schocke ihn. Hallo. Hallo, großer Mann. Äh, ein Gid. Ich hab ihn geschockt. Schocktpostet, wollte ich sagen. Geschockt. Erklären Sie sich. Ist er tot? Nein. Ist das Lenderman? Nein. Kann nicht mehr, das ist... Er ist leer. Oh fuck. Ich nehm die Kamera. Schrei. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Ach da. Schockt sie. Auf zur Tauchglocke. Ich hab sie. Ich weiß immer noch nicht. Wo das ist? Schier sagt sie. Ach da. Ich seh sie. Ich seh sie. Du auch. Ach. Oh, ich lauf hinter den beiden. Die nehm ich gar nicht ernst. Oh, fehlt das? Fehlt das? Ich hab die Kamera nicht. Links, klick. Die Aufnahmen sind furchtbar. Klick. Ah. Ja, 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 ja. Sie sind drauf. Sag mal. Ja. Oh mein Gott, das war knapp. Ah, ich fahr jetzt einfach ohne Runde. Ihr wart hoch? Ja. Ja, ja, ja. Aber ich glaub, wir haben die Scheigeis nicht mit draufgegeben. Perilia hat eine Radiostimme. Gar nicht wahr. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ah, wir können ins Bett gehen, yay. Aber beim nächsten Mal hat das das nicht gespeichert. Oder haben die das geändert? Das weiß ich nicht. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, diesmal hab ich nicht ein Problem mit dem Delay und dem Chat. Ich krieg den Chat gar nicht mehr mit, wenn ich mit euch spiel. Ich guck da drauf, da passiert nix. Okay, dann ist gut. Aber ihr Lieben, ich glaube, es ist mal Zeit zum Aufhören. Für Hakebraten und für Konservendose. Alles klar. Gut. Ah ne, du bist hier oben. Peri hat wieder unten geschraubt. Oh Leute, ich weiß, was NC ist. Das sind Metacoins. Kommt mal runter kurz. Metacoins? Oh. Das hier ein Zimmer ist. Das ist neu. Tanz, Video, Medienanfrage, Monstertauchgang? Ja, wir hätten das nur einfach unterzeichnen müssen. Dann hätten wir Metacoins verdient. Na toll. Da müssen wir fürs nächste Mal mehr. Genau. Ja. Da können wir uns nächstes Mal reich verdienen und ganz viele Hüte und einen Swimmingpool kaufen. Das sagt sie jetzt. Sie hat das versprochen. Ja. Du hast es genau gehört. Ich habe es gehört. Ja, ich kann es bezeugen. Gut. Genau. Die haben wir im Sack. Hehe. Ich frage mich nur, wie man speichert. Ich glaube, das geht nicht. Hm. Egal. Da müssen wir beim nächsten Mal reinhauen. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank für das Event. Ja. Gerne, gerne. Und danke an die, die das ertragen haben. John Doe schreibt, war echt witzig. Könnt ihr gerne öfter spielen. Alles klar. Haha. Alles klar. Freut mich. Ja, dann würde ich jetzt an der Stelle einfach Schluss machen. Und bedanke mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Mitspielen. Danke euch beiden. Ich mache jetzt Schluss. Tschüss, Jutta. Bis zum nächsten Mal. Richtig. Mal. Tschüss. Tschüss. Musik. Schramm. Musik. Vielen Dank.